Musik Als der Elternverein des Hauses Lappau hat es zuerst einfach Spielgruppenhaus geheissen. Erst mit dem Mosaik von Walter Flückiger hat es den Namen Harlekin bekommen. Harlekin ist ein Klon, ein Pallas, ein Lusszapfen. Und trotzdem hat der Klon auch immer etwas Ernstes. So hat auch die Kunst von Walter Flückiger beide Seiten. Er hat sich in seinem Schaffen diesen beiden Sachen vom Leben gestellt. Den traurigen, aber auch den fröhlichen. Und mir denkt, wenn man die Bilder anschaut, spürt man etwas von dem. Als Künstler hat er die Facetten aufgenommen, in seinem persönlichen Leben, aber auch in der Gesellschaft. Und hat daraus etwas erschaffen. Die Energie, die dort drin ist, spricht noch heute an und berührt, wie man seine Kunst sieht. Das, es geht darum, aber auch ein Schaffen. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020